Ja, Milchspiel Dann machen wir diesmal, machen wir da... Achso, ich hab nur... Ja, dann nehm ich hier, was ist denn der Teuerste? 12.000, 12.000, 12.000, 11.000... 12.000 Aber alles zum gleichen Ziel, ne? Ja, man kann die aktivieren, da steht da, äh... Möchtest du zum gleichen Ziel fahren wie dein, äh... Wie der Mitspieler, und dann kriegst du da ein Ja, und dann hast du immer das gleiche Ziel, aber halt unterschiedliche Frachten. Die kannst du mal individuell dir angucken. Ist grad nett gemacht, glaube ich, dass du das nicht immer gefreut hast. Ja, ich hab mir den Park hier gerade eben. Ja, das könnten sie bei EDS eigentlich schlechte machen, auch. Ja, wär schon geil. Kann ja wirklich so einfach gehalten sein, das ist halt einfach, das ist ja schon doch ein bisschen, äh... Aber so, wie hier. Man muss ja nicht viel machen mit dem Ding, aber, dass man fahren kann, hoch, runter, fertig. Den werden die ja hinbekommen. Wer müsste es ja gar nicht sein? Das reicht ja hier vollkommen aus, und dann halt... ...dass ich Fracht rein, fertig. Simpel gehalten und trotzdem macht es Spaß. Ja, aber jetzt auch ein bisschen größer, ne? Ja, dann hab ich jetzt drei Paletten drin. Ja, deswegen geh ich schon mal gern trotz der Paletten, ich bin klar, was da war. Ja, ich will eben auch noch was trinken gleich, also... ...ich hiermit fertig werde hier. Dann habt ihr Stillstand im Stream. So, passt der letzte Paletten da noch rein? Das ist die Frage. Oder ist die... ...die Weikel noch drin? Dann haben wir noch viel Kilometer fahren. Dann haben wir noch viel Kilometer fahren. Warum soll ich denn die Anhänger ausrichten? Ich muss nicht eher die Klubmaschine ausrichten? Macht doch mehr Sinn, oder? Ah gut, geht sofort weiter, kurze Pause. Jetzt quiet, bitte. trax-teak-teak-teak-teak-teak-teak-teak-teak. Ach, diese Anhänger ausrichten. Wir sehen uns gerade pro Los Angeles und die Knaben von Wahrscheinlich-Bzeroares vermischt songs. auch geradeaus beacht�-teak-teak-teak-teak-teak-teak-teak-teak-teak-teak-teak-teak-teak-teak-teak-�-teak-teak-teak-teak-teak-teak-teak Turbo. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wer hat Scheinwerfer? Der Teil, ja. Okay. Ich fühle mich ein bisschen klein. Ja, süß. Das ist ja... Du könntest ja, was weiß ich wie, verletten. Eine schon, wenn ich ihn noch aufeinander stapel, da könnte ich hier bestimmt 8, 9, 10... Oh, das ist eine Plastoff-Sendung halt, ne? Gut. Ja, dann, äh... Wo ist denn der Ausgang hier vorne aus der Ausgang, gut. Aber ich glaube, das Problem ist, wenn ich jetzt ein LKW kaufe, dann fliege ich wieder raus. Ja. Ja. Das ist richtig. Ah, ich war bis zum Ende durch, ja. Bis zum Ende und noch viel weiter. Hallo, äh, kleinwagentransporter. Du könntest ja mal spaßen und da mal deine Xbox-Kontrolle oder sowas anschließen, wenn du das was hast. Ja, das könnte ich mal machen. Also, äh, ich fahre ja, wie gesagt, mit Lenkrad, das lässt sich angenehmer lenken. Also, richtig Lenkrad, Lenkrad, Lenkrad. Ich habe ein richtiges Lenkrad, ja. Hast du angeschlossen, ja. Ja, gut. Muss ich mal machen, demnächst in den Kinom. Bin nur so faul, oder? Du hast jetzt auch Xbox 360 umgestellt. Ja, kann ich auch. Ich kann irgendwie PS4 und irgendwann auch anders oben aus dem Klopp umstellen. Boah, ist das eng hier. Hallo, mein Truck ist so breit. Ich habe gerade schon was mitgenommen. Als wenn da ein Call sein sollte, ne? Weißt du, worum ich war's. Okay. Da platzt er, ich habe sofort. Sonst, wenn du längst, er geht auch dein Kopf mit. Juhu. Ja, bremsen, weil der möchte, ne, der möchte doch, der möchte rüber. Linken. Ab auf die Autobahn. Ja, ja, ich blink für euch, mit keinem Stress, also. Ja, komm, lecker, wie beim Jungen. Ach, hier. Ja, links oder rechts fahren? Nicht mittig. Hallo. Entscheiden Sie sich bitte für eine Seite. Dankeschön. Dich? Nee. Gut. Aha, wir wollen richtig fahren. Okay, dann fahr ich links. In der Wartung? Gut. Oder auch nicht. Und in den S2 müsste es ja noch nicht mal sein, wie bei Construction Semiliterbahn. Da kannst du ja noch den nach vorne und hinten geben und so weiter. Müsste alles gar nichts sein. Einfach so wie hier. Einfach runter, rein spielen, fertig. Wird vollkommen reichend. Ja, gut, aber unser Volt hat auch den nach vorne dann, ne? Also ein bisschen, was jetzt auch... Na ja, die hat es auch noch nicht. Ja. Ich glaube, ich muss hier leider nicht aussteigen. Aber... Ich stehe. Ich bin wieder da. Oh, da kriegen wir schnell. Hi. Du würdest mich auch noch rum, ne? Ich gehe auch wieder rum hier. Ja, richtig. Ich bin wieder rum. Also du bitte richtig. Irgendwie fahre ich jedes Mal dabei an der ganzen Stelle hier gerade aus. Krass. Ja, wobei, dann habe ich ja eine Hälte gut. Ja. Hast du den noch gut angestoßen, Junge? Halber, der ist noch kein 18. Ja gut, auch mit 17 kannst du ja trotzdem einen Sekt trinken mit seinen Eltern oder so. Wir holen uns jetzt gleich nochmal den, ich hol mir nochmal dir so einen LKW, was du jetzt du hast. Ja. Kannst du einfach mal. Und dann können wir nochmal eine Tour damit fahren und dann Feierabend. Feierabend. Nei, nur Tourte, okay. Tourte, nur Tourte. Ertberg, Tourte, Himbeer, Tourte, ähm. Apfelkuchen. Oh, da kildekuchen, kildekuchen noch besser. Kildekuchen nämlich. Kildekuchen. Feierabend. Warte, nämlich. Magst du, äh, ne? Da wurde es oft gefragt. Nicht pennen hier. Marziporn. Nääääää. Ne, danke. Äh, wenigstens eine Sache. Was? Wenigstens eine Sache. Was? Wenigstens eine Sache, dass ich das nicht mag? Richtig. Ja, mach nichts mehr. Warte, das könnte man eigentlich auch mal wieder spielen so langsam. Also nach so vielen Updates müssten die das so eigentlich hingekriegt haben alles. Wär auch keine Ahnung, ich hab nicht mehr weitergelesen gehabt im Channel. Auf dem ich ne Verweißdinger nicht wieder hinbekommen hab und ich, keine Ahnung. Da bin ich nicht aktuell. Up to date. Ja, da habe ich die Lagerhalle, äh, fertig ist, dann kommen wir da wieder abkriegen. Ja, du willst sie unbedingt fertig haben, hab ich das Gefühl, die ganze Zeit. Ja. Ach komm, wir schenken mal alle zwei Wochen aus Rennis, machen wir jetzt strengen. Ja, wir sind doch echt gut vorangekommen, in den letzten paar Worten. Also, also nicht wir, sondern eben anders, aber, äh. Ja, aber, ich hatte auch noch irgendwelche Spiele, die wir auch haben, oder irgendwas, weil, boah, der Typ muss ja echt, äh, heftig sein. Ei, ei, ei. Frachtbeschädung, 10%? Hä? Wann? Wo? Käsebuchen ist lecker und nicht... Richtig, Kiesekon ist... Ja, dabei. Fui dabei, ja. Deibel. Du Deibel. Fitts in eine Sprache, nicht? Äh, wo muss ich ne Appen liefern eigentlich? Ach da. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö.